ja das ist doch so ja ich jetzt hab ich den kopf von mir da liegt ein kopf rum die ich hab den kopf getroppt was machst du mit dem kann das hier nicht jeden normaler player kopf und er hat man jetzt geht wer will mein kopf haben ihr werdet ihr wollt was 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 ob ein kein leuten morgens da nicht verlieren der 6 hat 2 in herz bei dem rein dem server gegeben trotzdem noch ich bin bei mir lebt gar nichts kann durch zugruhe abgebaut haben super also dass die kurssitzende goldfarm ein paar mal gold machen wir dabei letzte äpfel ok fv wie farb am besten goldhöhle oder wie soll ich in der hölle in der hölle ne meinen um ein paar einfach gleich mal verrückt aber jetzt beim nächsten dort bist du ja aber ich hab's gewusst wo schließe hier ist noch am Haus nein das war aber gar nicht noch mit dieser ist von uns die 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 alle den Tod war richtig mies aber richtig ich habe den creeper nicht mal gesehen ich habe nur gehört und alles in den Dschungel war sind sie sind laufen was will ich gerade machen Prozent und vor allem gehen Busquenco der Kappel aus dem Druck 6 sieben das Gefühl und Bäume ja nicht die lieben so auch ablauf gestellt Fakir was für mich sonst noch ich brauchte Essen der Begründnis groß jetzt mal fest und er hat mich auch weiterkundungs tun so nicht wählen hat jetzt mal ernsthaft Höhle oder meinen nicht meinen muss einfach nur in die Schlucht rein gehen, da muss ich schon was finden dürfen müssen. Nicht mal, ich brauche Stimme. Ja, guter... Ich brauche Stimme. Das ist 12 Eisen. Du musst erstmal nicht sterben. Also. Ich brauche mal einfach jeder einen Tod frei, oder wie? Ja. Was glücklich? Ja. Aber ich kann nicht dann ins Pick-Aid-Mörder. Ja, du nimmst nicht auf. Puh, Leute, das wird das... Och, du Heilige, das wird hier jetzt... Ich sag mal, extrem. Ich hätte Kohle mitgebracht sollen. Und sagt, hier ist eigentlich immer noch nix. Ich weiß es nicht, frage sie. Wie soll, sagst du nix? Immer noch nicht. Darum... Ah, na, ne, endlich. Lebenszeichen. Oh, zack, 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 zack. Ich mach jetzt mal, YOLO. Ich weiß nicht, bei dem Mikro anzustecken. Oh, ich hab alles durcheinander bestätigt. Es ist echt bestätigt, wir jetzt alle durcheinander reden, 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 wir jetzt alles durcheinander reden, wir jetzt auch hier sind, das stimmt ganz sicherlich. Oh, manch. Ja? Ja? Pat, jetzt weißt du, warum sie nicht redet. Weil wir durcheinander reden. Ach Gott, vergiss es. Warum hab ich noch F3 an? Du dumm bist, keine Ahnung. Weißt du was, ich glaub, ich glaub, die ganze Höhle mit Shift jetzt durch, egal was es ist. Ach du Scheiße. Okay, das mach. Räumchen! Oh, ich hab zwei Pfeile. Wenn's jetzt von hinten Spoof macht, dann bin ich dort. Ja, das war bei mir so, ey. Ne, ich hab wenigstens noch ein, weißt du, jetzt hab ich noch Rüstung. Da bin ich nicht, war richtig mies. Du kannst dir mal am besten erstmal Eisenfarmen gehen, Juli. Ganz im Ernst, ich will nicht hier runter. Vor allem mit dem Shader siehst du nach ein paar Metern gar nichts. Du hast deine Shader mal raus. Nein. Das ist ja auch der Shader. Oh, chill mal. 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 Nein. Die Juli, was tust du? Das ist es geht. Oh, oh. Oh, oh. Komm mal schön zugucken, wie die Leben runtergehen. Oh, das ist richtig schön. Also falls der Schrei übersteuert war. Ja. Einfach mal Rottes übersteuert. Echt? Ja. Oh Gott. Ich habe noch dreieinhalb Leben. Ja, da kommt keine Kohle raus. Ich brauche unbedingt Eisen. Ich brauche sowas von Eisen. schnappisch. Nach jedem Block, den ich jetzt abschlägt, guck ich erstmal ob irgendwas da ist. Ich hab noch ein. Ja! Ich hab noch ein. Ja! für die Stimme der Schöpfung der Schöpfung der Hexen von Apfel sie bekommen so will er hat einen Kopf ja nur das standen der Kammer ist ich habe die Kratzer und nicht die Kackapfel Alten wie viel Gold braucht man da um 8 für einen es geht doch auch Gold Karate aber die halt nix auch eine Woche und gar nix ich will hier nicht weiter Kohle Kohle sind ich mit Kohle was und die überhaupt nach oben auch so heißen das ist ich muss nicht wenn ich ihn nicht mit von allen umlaufen habe ich echt schiss und so ich für sie im Kaxe selbst weniger kein Baum ob sie die die ja genau das will ich gestanden das nicht mehr akustisch akustisch das ist jetzt noch ein bisschen sehr lange aber kein Baum hätte den Apfel jetzt mal was du ich den Apfel jetzt nicht weil ich hätte ihnen das so heimkommt ohne dass ich sterbe das ist wieder nachteltern seiner Scheiß das Gold wird ich schwerere ja heute wird fast runtergesprungen belagten ich voll viel mega viel für einen Apfel der gerade mal was ist nicht wie viel heil aber du kriegst dann eben da noch extra Herzen dazu ne ist ja schon klar für ein paar Minuten nein das ist hier anders hä ok jetzt hab ich auch so Lati Fehler ja das ist hier anders du kriegst hier glaube ich zwei Leben super pro golden Apfel ich brauch's mal schnell eine kleine Dreckhütte und dann geh mal schlafen ich brauch vier Äpfel aber ihr habt alle noch 20 ey wirklich? noch und wieder 20 ich muss weiter nach unten kann mal irgendjemand kurz Wikipedien ab welcher Höhe? Gold ok mach ich wo sehe ich das? gib schon die Wikipedia ein und dann gehe ich auf meine gehe ich erst mal auf Minecraft Picking und dann gehe ich auf Gold Bach oder Golderz Gold Golderz ja Welt in der Welt da war ja wo sehe ich das jetzt muss durchlesen wenn wir stehen das steht voll wenig Gewinnung ja 5 bis 28 5 bis 28 ich bin noch 44 ich bin noch 44 ich bin noch nicht so sagen wir gehen zu schlafen aha lustig oh bist du lustig bei dir du bist du lustig bei dir ich bin noch dabei ich nicht ich gehe nur Höhle nicht pennen ich bin noch nicht los boah ey ich hab so schießt dass hier gleich irgendwas um die Ecke kommt da das ist es ist Vielen Dank.